Du, ja du, du kannst lachen, du kannst gehen und du kannst sehen. Siehst die Grausenkeit auf dieser Welt. Du kannst sie mit deinen Augen sehen. Hey, wie lange lassen wir das tun? Sie wollen doch nur alle unser Bestes. Arbeiten, das sollst du, immerzu. Doch irgendwie wollen sie nur unser Bestes. Sie wollen uns kontrollieren, sie wollen der Beste sein. Sie wollen von oben schauen, auf uns alle herein. Wieder hier unten, egal was er auch ist. Ist er ein Maler, ist er ein Zeitungsträger oder Politist? Sie haben uns in den Händen, sie lassen uns nicht ruhen. Die da oben wollen nicht, dass wir mal wieder ruhen. Die Köpfe sind verraucht schon, die Köpfe sind kaputt. Und der Geist da drin geht so langsam, aber sicher auch kaputt. Denn auf dieser Erde sind wir nicht da. Der Erde hat uns gesandt, auf die Erde hier. Dass wir einander verstehen, den anderen hier. Doch damit geht es hier nicht weiter. Denn in jedem Land, da gibt's nen Teufelsreiter. Egal ob du in Deutschland, Amerika und Russland bist. England, Frankreich, Portugal oder auf Japan bist. Hey, das ist doch scheißegal, die oberen haben die Macht. Und du da unten hast schon lange keine Kraft. Wie geht es nun weiter mit dem Virus hier bei uns? Ich habe ihn immer abgegrenzt bei uns. Der Virus, der ist zwar da, aber nicht wie sie es sagen. Da könnt ihr mich alle auch mal fragen. Denn ich recherchiere und interview die Leute. Ich führe auch Kriege gegen Regierung bereits jetzt heut. Ich lass mir nichts sagen von diesen Teppen hier. Denn keiner versteht den anderen von uns da unten jetzt hier. Sie wollen uns alle nur fertig machen. Darüber sage ich, haha, ich kann nur lachen. Denn halten wir hier unten alle zusammen. Dann fängt die Regierung an zu zittern und zu bangen. Dann kommt der Kollaps. Dann kommt der Kollaps. Und die Regierung, sie bricht zusammen. Wir müssen unser Leben wieder selbst jetzt hier in die Hände nehmen. Sonst klappt nichts auf der Erde hier. Wir müssen unser Leben selber nehmen hier. In die Hand nehmen jeder Einzelne bei sich. Denn sonst klappt es nicht. Und Leute, bitte lasst euch nicht verarschen. Man kann Inzidenzzahlen nach oben und nach unten schrauben. Egal wann, egal wo und egal wie. Aber ich sage dieser Regierung den Kampf an. Ich sage dieser Regierung den Kampf an. Ich sage dieser Regierung den Kampf an.